Hallo und servus YouTube, herzlich willkommen heute zu diesem Infovideo. Ja, heute möchte ich einen Livestream ankündigen für 17 Uhr auf YouTube. Heute wird der Abschluss-Livestream vom Youngtimer-Projekt kommen. Heute haben wir 49 Folgen abgedreht, also insgesamt schlussendlich fehlt noch eine Folge. Und ich glaube, die Folge werden wir auch direkt als Livestream-Folge, die 50. benutzen. Das heißt, es gibt nur 49 Folgen, 15 bis 17 Minuten. Und die 50. Folge wird also die Länge des Livestreams heute sein, der mindestens zwei Stunden dauern wird. Und ansonsten, solange ich Bock habe, gespielt wird erstmal natürlich nur Gamsing Youngtimer-Projekt. Mit dabei sind wahrscheinlich der Maxi, noch ein, zwei andere Leute und auch neue Mitspieler, die ich heute kennengelernt habe und die halt wahrscheinlich jetzt nicht mitspielen werden, aber zumindest im Teamspeak mit da sein werden und sich dann vielleicht auch noch vorstellen werden. Ihr werdet es ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen kennenlernen. Ja, auf jeden Fall um 17 Uhr auf YouTube wird gestreamt, das Abschluss-Video oder der Abschluss-Livestream zum Youngtimer-Projekt. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle zahlreich erscheint. Fragen könnt ihr mir natürlich dann immer wieder, wie gehabt, beim Stream stellen. Ja, Freunde. Und ansonsten freue ich mich auf euch. Wir sehen uns um 17 Uhr. Bis dann. Ciao. Servus. Wir sehen uns um 17 Uhr.